moin moin leute endlich wurde die sendung von segal kapos auf blicken big blogs endlich mal ausgestrahlt wo ich lange schon darauf hatte weil ich persönlich auch da war in dem moment und selber freue ich jetzt ein kleines kurzes video vom eintreffen und ein paar fotos mit ihm und 29 es ist die folge zwölf die v8 flunder ist da einfach ein kleines video was nicht jeden tag gibt hinter den kameras im endeffekt ich hoffe es gefällt euch viel spaß dabei leckt hat kommentiert video und vergesst nicht zu abonnieren wenn das video gefallen hat gibt dem video und daumen so und der besuch war 6 26 5 dieses jahres da hatte der ford store sogar reichmann einen offenen tag ich habe es nicht mehr genauso im kopf aber wie ihr seht sie gerade das filmteam die junge geigerin in dem sinne ja da die beiden zusammen mit dem filmteam schon im blickleitung ja es war nicht ganz ohne ich bin leider nicht an ihn angekommen auch kein foto persönlich mit ihm aber wiederum muss ich sagen mit dem filmteam in begleitung ist das auch nicht gerade mal allzu leichtes zu schaffen aber trotzdem war es einfach mal schön zu sagen so was gesehen zu haben natürlich halt die neue v8 die corvette zwei stück gleich einer zahl passiert auch nicht hier denn da schaut sich an ja 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018